Ja, das nächste Werkzeug ist hier die Lupe, normalerweise mit der Steuerungstaste Mausrad kann ich hier entsprechend reinzoomen, auch je nachdem, wo ich mich gerade befinde, also wenn ich hier gerade reinzoomen will, Mauszeige ist an der Stelle, kann auch hier entsprechend reinzoomen oder ich wähle entsprechend die Lupe an, ziehe einen Bereich auf, halt jetzt bin ich noch im Verkleinerungsmodus, also wenn ich immer noch, was ist hier anders, Steuerung Umschalt und J macht das Bild wieder genau gleich groß, so Umschalten, ok, also ich stelle auf Vergrößern, ziehe einen Bereich auf und dann wird der entsprechend vergrößert, bis die einzelnen Pixel hier dargestellt sind und wenn ich die Steuerungstaste, Umschalttaste und J drücke, dann habe ich wieder hier die Originalgröße und zwar das Bild genau auf diesen Arbeitsbereich ausgerichtet.